Heute geht es hier bei Deutsch Plus mal wieder um den Wortschatz. Ihr wisst ja, dass es Wörter gibt, die gleichgeschrieben werden, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Wörter heißen Homonyme. In diesem Video beschäftigen wir uns mit einer besonderen Untergruppe der Homonyme, nämlich mit den Janus-Wörtern. Diese Wörter sind nach Janus benannt, einem römischen Gott, mit zwei Gesichtern, die in entgegengesetzte Richtungen blicken. Jetzt könnt ihr euch sicher auch denken, was das Besondere an diesen Janus-Wörtern ist. Das sind auch Wörter, die gleichgeschrieben werden, unterschiedliche Bedeutungen haben, aber diese unterschiedlichen Bedeutungen sind genau gegenteilig. Ein Janus-Wort bedeutet also auch sein Gegenteil. Ein klassisches Beispiel für so ein Janus-Wort ist das Wort umfahren beziehungsweise umfahren. Das ist also trennbar und gleichzeitig untrennbar. Und die trennbare Variante bedeutet das Gegenteil von der untrennbaren Variante. Ich habe dieses Verb schon einmal in einem anderen Video erklärt und da schauen wir jetzt einmal rein. Wir fangen mit der trennbaren Option an. Etwas umfahren bedeutet direkt in etwas hineinfahren oder direkt über etwas drüber fahren. Unser Beispiel. Er verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr das Verkehrsschild um. Etwas umfahren bedeutet das Gegenteil. Es bedeutet um etwas herumfahren, also einen Ort vermeiden. Wie im folgenden Beispiel. Auf dieser Strecke gibt es immer Stau. Wir werden diesen Bereich umfahren. Im folgenden möchte ich euch noch ein paar weitere Beispiele für solche Janus-Wörter nennen. Ich habe mich hier in diesem Video auf Verben beschränkt, aber Janus-Wörter können auch Substantive oder Adjektive sein. Die Verben, die ich euch gleich vorstelle, haben meist noch mehr Bedeutungen, aber ich habe mich hier auf die gegenteiligen Bedeutungen beschränkt. Und ich schlage vor, wir starten jetzt. Wir beginnen mit dem Verb anhalten. Anhalten bedeutet zum einen etwas oder jemanden stoppen. Es kann auch stehen bleiben oder etwas unterbrechen bedeuten. Lasst uns direkt einige Beispiele für diese Bedeutung anschauen. In so einer Situation im Straßenverkehr muss man anhalten. Ich muss kurz zur Toilette. Für ihre Umfrage hielt sie Menschen in der Fußgängerzone an. Die gegenteilige Bedeutung von anhalten ist andauern oder dauern. Da stoppt also nichts, sondern im Gegenteil etwas läuft immer weiter. Hier einige Beispiele. Die Verhandlungen halten an. Es gibt immer noch keine Einigung. Der Regen hielt über zehn Tage an. Ich hoffe, dass die gute Stimmung bei der Arbeit noch lange anhält. Das nächste Januswort, das wir uns hier anschauen, ist das Verb übersehen. Etwas übersehen bedeutet einerseits etwas oder jemanden nicht sehen oder etwas oder jemanden nicht wahrnehmen oder nicht beachten. Und zwar meistens versehentlich oder unabsichtlich. So wie in diesen Beispielsätzen. Oh, ich habe diesen Absatz im Text völlig übersehen. Das heißt also, da ist ein Absatz im Text, den ich nicht wahrgenommen habe, über den ich hinweg gelesen habe, weil er mir gar nicht aufgefallen ist. Anna saß auch in der ersten Reihe im Publikum? Dann habe ich sie wohl übersehen. Die Vertragsklauseln sind so klein gedruckt, dass sie schnell übersehen werden. Auf der anderen Seite kann übersehen eben das Gegenteil bedeuten. Denkt hierbei ruhig an das Substantiv Übersicht. Sich eine Übersicht oder einen Überblick verschaffen. Übersehen kann also auch stehen für etwas überblicken, das heißt also alles sehen können oder auch mit seinem Blick etwas weitläufig erfassen. Im übertragenen Sinne steht Übersehen auch für etwas im Ganzen verstehen. So wie hier. Sie saßen oben am Hang und konnten die ganze Fläche übersehen. Vom Eckfenster aus konnte man den ganzen Hof übersehen. Mit ihrer Erfahrung konnte die Ärztin die Situation in wenigen Minuten übersehen. Hier bedeutet es also, sie hat die Situation in wenigen Minuten im Ganzen verstanden. Weiter geht es jetzt mit Zurücktreten. Die eine Bedeutung dieses Verbs ist nach hinten treten. Also sich von einer Stelle nach hinten bewegen. Wie in diesem Beispiel. Als der Schauspieler an ihm vorbeilief, trat er einen Schritt zurück, um ihm Platz zu machen. Das Verb bedeutet aber auch ein Amt niederlegen, zum Beispiel ein politisches Amt oder einen Posten aufgeben. Das heißt also, dass man kampflos seine Position räumt. So wie hier. Nach dem Skandal trat er als Ministerpräsident zurück. Zurücktreten in der anderen Bedeutung ist erstens alles andere als kampflos. Und zweitens ist dann auch keineswegs eine Bewegung nach hinten gemeint. Im Gegenteil. Zurücktreten kann auch bedeuten, sich wehren. Verbal oder auch körperlich. Man kann also buchstäblich zurücktreten, also tatsächlich jemanden auch treten, der einen getreten hat. Oder man kann mit Worten zurücktreten. Hier kommt ein Beispiel. Die Kollegin ließ sich die Vorwürfe nicht gefallen und trat mit klaren Worten zurück. Jetzt sprechen wir über das Verb aufheben. Ihr kennt dieses Verb bestimmt in der Bedeutung etwas vom Boden aufheben. Also wenn mir zum Beispiel ein Stift herunterfällt, dann hebe ich ihn wieder auf. In diesem Video geht es aber um Aufheben als Januswort, also als Wort mit zwei gegenteiligen Bedeutungen. Aufheben heißt einerseits etwas offiziell beenden, etwas nicht länger existieren lassen. Man kann auch manchmal sagen etwas abschaffen. Hier ein paar Beispiele. Im März 2021 hat der US-Bundesstaat Virginia die Todesstrafe aufgehoben. Bis gestern galt der Ausnahmezustand. Die Stadt hat ihn in der Nacht aufgehoben. Seit der Nacht ist der Ausnahmezustand also vorbei. Und noch ein Beispiel. Wir heben den Vertrag auf. Das heißt, wir beenden den Vertrag. Beide Seiten sind damit einverstanden. Aufheben kann andererseits bedeuten, dass man etwas behält, im Sinne von etwas nicht wegwerfen. Oder auch etwas aufbewahren. Auch hierzu schauen wir uns einige Sätze an. Ich hebe den Kassenzettel lieber auf, falls es ein Problem mit dem Gerät geben sollte. Ella hat ganz viele Babysachen aufgehoben. Sie liegen in einer Kiste hinten im Schrank. Ich hebe die Zeitung auf. Mit dem Papier kann ich Porzellan für den Umzug verpacken. Unser nächstes Januswort ist das Verb ausbauen. Einerseits bedeutet ausbauen, etwas erweitern, etwas vergrößern, etwas weiter ausgestalten und manchmal auch verbessern. Das passiert meist durch konkrete bauliche Veränderungen. Es kann aber auch abstrakt gemeint sein. Hier die Beispiele. Herr Meier will seinen Keller ausbauen und darin eine Sauna einrichten. In der Region wurde das Schienennetz zügig ausgebaut. Wir wollen unser Beratungsangebot weiter ausbauen. Hier wird also nichts baulich verändert, sondern ausbauen wird im übertragenen Sinne verwendet. Das Beratungsangebot soll größer und besser werden. Dasselbe gilt für den folgenden Satz. Die CEOs beschlossen, ihre Zusammenarbeit deutlich auszubauen. Andererseits bedeutet ausbauen, einen Teil aus etwas, zum Beispiel aus einer Maschine, herausnehmen. Also einen Teil von etwas entfernen. So wie hier. Hast du schon mal die Festplatte deines Laptops ausgebaut? Um den Fehler zu finden, bauten sie den Motor aus und reinigten ihn. Man kann die Schubladen ganz einfach ausbauen, wenn man sie nicht benötigt. Jetzt kommen wir zu dem Verb einstellen mit seinen gegenteiligen Bedeutungen. Auf der einen Seite bedeutet dieses Verb, dass man etwas, meist ein Gerät, so justiert, dass es funktioniert. Man kann auch sagen, ein Gerät zum Arbeiten bringen oder auch etwas vorbereiten, um es benutzen zu können. Manchmal steht Einstellen auch für etwas bei einem Gerät regulieren. Das heißt also, bei Einstellen in dieser Bedeutung geht es immer darum, etwas zu beginnen, einen Vorgang zu starten. Auf der anderen Seite steht Einstellen aber auch für das Gegenteil, nämlich für etwas beenden. Man kann auch sagen, etwas nicht fortsetzen oder mit etwas aufhören. Und natürlich zeige ich euch auch das anhand einiger Beispielsätze. Bitte stellen Sie jetzt das Telefonieren ein. Nach Bekanntwerden des Skandals stellte der langjährige Sponsor seine Zahlungen sofort ein. Der Verein musste sein Judo-Training leider einstellen, weil er keinen neuen Trainer fand. Jetzt würde ich gern von euch wissen, wie viele dieser Janus-Wörter waren euch schon bekannt und kennt ihr möglicherweise noch weitere Beispiele? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr sie mir hier in die Kommentare schreibt. Und natürlich hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Video hier bei Deutsch Plus dabei seid. Ich sage jetzt, macht's gut, bis bald und tschüss!